Ja, guten Abend, Leute. Ich bin ein bisschen dunkel jetzt. Ich bin hier auf dem Supermarktparkplatz, weil ich noch einkaufen muss. In Göttingen hat ein Typ seine Lebensgefährtin angezündet und darauf eingestochen ist Lebensgefahr und ist abgehauen auf dem Fahrrad. Ja, ich soll das Thema jetzt innerhalb von zehn Minuten bringen. Ich hoffe, ich schaffe das. Der Typ ist also, also dieser, man kann ja sagen, Mörder ist jetzt irgendwo im Göttinger Raum auf dem Fahrrad unterwegs. Also falls ihn jemand irgendwie sieht, bitte sofort die Polizei verständigen. Vielen Dank.